Okay, warum sind wir im Schnee? Wo zur Hölle sind wir? Oh, Helis? Cool. Ach, paar Gegner. Werde auf euch zu streiten, Kinas. Mein Gott, das hält ja keiner aus. Ja, Peck ist tot, so wie es ausschaut. Oh Mann. Peck war so cool. So, den nach rechts hin kriegen wir noch mit dem Messer, oder? Hallo. Den links da auch noch. Der steht da so schön. Oh ja, blau Mann. Heppalap, zack. Was war das? Alter. Schießt doch jetzt nicht schon auf uns. Wir haben noch nichts gemacht. Uh, Spielzeug. C4. Ja, komm, nehmt C4 mit. Gib. Jawohl. So. Mal gucken, wie können wir denn hier weiter? Oh, da sind noch mehr. Okay. Okay. Come on. We go across that bridge. Then what? You got your friends waiting for us over there? They know. Kommt, Panzer. They want the bridge. Shit. They bring in the whole fucking army? They are going to end the riot. No, it won't last that long. Shit. Na gut, klar. Das sind ja nicht die Einzige da gerade im Gefängnis randalieren. So, was machen wir denn jetzt? Also hier nochmal. Okay. Und jetzt? Erst auf den schießen? Ich weiß es nicht. Oder erst auf die. Ja, komm. Peng. Alter, wie viel Schoß da trägst du denn verbieten? Das gibt's doch nicht. So, jetzt. Auf Wiedersehen. Peng. Peng. Aua. Peng. Alter. Sag mal. Na, kriegst du halt jetzt Granaten in die Fresse, Mann. Ist mir doch egal. Boom. Einer weg. Noch einer weg. Nee, scheiße. Komm. Boom. Hahaha. Ah, mit exklusiven Sachen rumspielen macht immer noch meinstens Spaß. Au, 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 au. Shit. Ah, das Ding ist auf jeden Fall schön präzise. Komm schon. Hallo. Da, mach den platt. Ich mach den anderen. Ah, nee, der ist schon tot. Keiner mehr da? Nur noch der? Na ja, gut, komm. Dann stirbst du jetzt auch noch. Komm schon. Alter, wo ist der denn? In der... Da. So, Wiedersehen. Ich glaube, wir müssen gleich mit der Seilbahn fahren, so wie es ausschaut. So, haben wir hier was Neues? Oh, ne RPG. Fein. Das ist wieder schön. Die nehm ich doch gern. Komm wahrscheinlich gleich noch Fahrzeug oder so. Kack. So, was ist das? Mist. Daneben. Haha. Schade. Schade, schade. Das macht immer am meisten Spaß. Fußsoldat mit der RPG abschießen. Ne? Oh, lecker. Die Sniper sind so geil. Hat er ordentlich Booms. Ich hab schon ewig keine Collectibles mehr gefunden. Gibt's hier noch irgendwo welche? Komm schon. Irgendwo müssen noch welche sein. Munition haben wir jetzt wieder. Oh, nochmal. RPG-Munition. Was kommt jetzt? In the Slope. Ach, da oben. What the... Geil. Granatwerfer. Warum auch nicht? Tschüss. Aber... Alter. Alter. Au. Boah, das Ding zerfetzt einfach mal das ganze Gebäude. Das ist so geil. Kann durch jede Deckung schießen. Nice. Da oben ist keiner mehr, oder? Ach, da ist noch einer. Na, komm. Ey, diese Granatwerfer sind echt heftig. Au. Ah. Ach, da sind noch welche. Wo kommen die denn jetzt her? So. Einer noch. Oh, shit. Ne Heli. Bum. Ah, warum geht der nicht kaputt? Aua. Alter. Wo kommen die denn alle her? Oh, den Hubschrauber weg. Bum. Ah, jawollingen. Bum. Haben wir ihn erwischt. Ey, der mit einem Scheiß-Granatwerfer, ne? Da war noch einer. Da war noch einer. Also gerade jetzt. Ach da. Ha. Manchmal übersieht man die einfachsten Gegner, ey. So, Granate für dich. Auf Wiedersehen. Bam. Bam. Jetzt kommt sie aus den Hügel runter. Oh. Ich fress hier Kugeln ohne Ende, ey. Ohne Mist. Oh Gott. Ja, da müssen wir rein, ich weiß Wiedersehen, wiedersehen Au Das ist eine sehr ungünstige Position Hier, muss ich sagen, weil Es ist etwas Oh shit, oh shit Alter, alter Stirb Oh nein, oh nein, da ist einer, da ist einer Na gut Dann müssen wir jetzt hoffentlich wieder von Anfang an, oder? Och nee, scheiße Na geil, jetzt nochmal unterm Hügel anfangen Kann sich ja nur um Stunden handeln hier Find cover Find cover My little Russian friend Oula So, Munition geholt und ab geht's Ab dafür in die Fresse rein Ah, Mann, und ich Idiot hab den scheiß Raketenwerfer aus Versehen weggeräumt Dann müssen wir schnell neu holen Also zurück So, Raketenwerfer Ja, danke So, und wieder vor Sonst krieg ich den Hubschrauber nicht runter Ich mein, kann auch mit dem Granatwerfer abschießen Aber die Dinger fliegen immer so unberechenbar Äh, wackelt doch nicht so Mann Alter Wie gut schießen die denn auf einmal Und wie schlecht schieß ich auf einmal Was ist da los? Ah, das Ding hat auch einen Aufsatz Komm, benutzt Komm, ja Ah 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 Oh ja, das steuert sich noch viel besser Wenn ich mich beschossen wäre zumindest Zack Auf Wiedersehen Und du auch Zack Auf Wiedersehen Und du noch Zack Auf Wiedersehen Ja, so liebe ich das Snipen Ja Punkte, Punkte ohne Ende Der hat auch ein Entfernungsmesser, oder? 123 Meter Nice Ah Wow Dieser Kackwichser mit seinem Granatwerfer, ey Ah Komm, friss was Zack Wiedersehen Und der andere Da oben Haha Wieder ein Loch in die Deckung geballert Geht nichts über schön große, dicke Sniper-Rifles So, jetzt die nächste Welle Mal gleich mal den Hubschrauber abknallen Hilo Incoming Hilo Wee, wee, wee Ah, hi Kommt ihr denn her, Jungs Bitte stirb Danke Ha, 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 ha Bam Und du, wir ist jetzt auch mal drauf Immer schön in den Rotor reinrotzen Und noch eins Zack Wenn's rumst, ist richtig schön Ach, da unten ist noch einer Guck an Ich hoffe, ich muss das nicht nochmal alles machen Könnt ihr euch jetzt die ganze Spielszene nochmal und nochmal angucken, bis ihr alle Gegner auswendig kennt Ist doch unglaublich Oh, hi Wir haben's noch gar nicht bemerkt Klar Ich hab ja nur einen Hubschrauber über ihn abgeschossen Ist sicher, dass die nicht kampfbereit sind Logisch Peng, peng 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 Ha, 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 ha Die Typ zerrupft halt so mit dem Ding Ist so geil Oh mein Gott Oh mein Gott So, die nehmen wir diesmal als erstes auseinander Die haben mich das letzte Mal erschossen Ah, nein, bitte nicht So, machen wir halt mal ein bisschen Kanadwerfer Action hier Zack Bam Multiple kills So, Granate für dich Auf Wiedersehen Du, frisst noch ein paar Kugeln Auf Wiedersehen Da ist noch einer Komm schon Mal Guards Ja, wir kommen Fress das, ihr Wichser Oh shit Oh shit Ah, fuck Nein, 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 nein Ja Hammer nice Dann Das war's ganz Mal noch Bitte verflucht mich Es tut mir leid Ich bin so schlecht Ja, schießt mit Granat Ich weiß schon Jetzt aber beim nächsten Versuch Muss das jetzt endlich mal klappen Ey, das gibt's doch nicht Verrecke Ja, schmeißte Granate Genau Aber Alter Überall rumst Weil ich sagen muss Das hört sich ganz Nett an So Mit den Kopfhörern Immerhin irgendwas Ich kann's mir noch so oft anhören Wenn ich so weiter rumkack Der da oben Alter Hubschrauber geben Ey Jetzt setzt der gleich wieder Leute ab Shit Komm schon Friss Boom Oh, noch einen Ach ja, ernsthaft Spast Oh, hi Ja, genau den richtig markiert Den ich selber abmurkst So Das machen wir erstmal Na, 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 na Hi, hi Da noch einer Da noch einer Ah Alter Scheiße Okay Eigentlich wollte ich ja sagen Aller guten Dinge sind drei Aber jetzt ist es schon der vierte Versuch Und langsam kotze ich echt Ohne Mist Ey Das wird die ultra längste Folge aller Zeiten Ohne Scheiß Ja, jetzt ist aber schnell Durchgang Ich habe langsam kein Bock mehr, ey Fail, 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 fail So Weg Weg Oh Gott, nachladen Oh Gott So Hallo Ach, guck mal Granat Ich Oh, hi Oh Ah Ah Fresskugeln Ja, genau Hier sind überall Benzinfässer Das macht sicherlich überhaupt nichts Wenn ihr mit euren scheiß Granaten da reinholzt Ah, da Und da Die sind tot Tschüss Tschüss So, Heli Heli Komm her, Heli Ah Hängen Du willst was absetzen? Du willst was absetzen, hä? Bam Nix, ey Alle tot, die Soldaten So, jetzt machen wir mal Feuerwerk hier Jetzt habe ich ja langsam keinen Bock mehr Jetzt wird es hier mal Ordentlich Zunder gegeben, Kinders So, für dich Dann machen wir die Feuerfässer noch weg hier Feuerfässer Aua Ja, versuch mich ja Aber das sind ganz schön viele hier Verdammt Zieh mir hier einen Drecksgranaten Ey Oh, shit Oh, shit Nicht schon wieder Bitte nicht Na, du willst dich da verstecken? Du willst dich echt verstecken? Ja? Na gut Dann, ähm Feuerwerk Und weg ist er Aber leider kriegt man da keine Punkte für Na, fuck it Ich bin eh schon Gold in dem Nissel So viele Versuche Wie ich schon gebraucht habe Oh, da ist noch einer Aua So, jetzt bleib einfach hier Was ist das? Ey, nicht schon wieder, ne? Ich glaube, die haben hier so eine Levelbarriere eingebaut Dass man hier einfach nicht weiterkommt Komm, ich snipe die jetzt weg Guck mal So Ihr fresst jetzt Kugeln aus Stahl Ja, hinter dem Gitter, klar Ich kann durch Holz und Steinwände schießen Aber so ein Metallgitter Durchdringen meine Kugeln natürlich nicht Stirb jetzt Mein Gott So Jetzt aber Hoffentlich haben wir es letztendlich geschafft, ey Komm schon Go, 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 go Ja, bam Bamm Ah, kein Wicht Kopf vor Strecken Keine gute Idee, Junge Yes, geschafft Boah, ne? Oh, ne, okay Den soll ich über die Spreng Hab das auch mal geschafft, ja? Hübsche Aussicht Können wir jetzt mal losfahren? Ah, kein Dank Boah, mein Freund! Und wer der fucker bist du? Wer der fucker ist dieser Typ? Es ist Teil des fucking Planes! Chopper! Stirb! Komm, John! Ah, scheiße! Von einer Kacke in die nächsten, weißt du? Oh, Quatsch! Ich glaube, das hat Dima nicht überlebt. Alter! Ihr seid okay? Ich werde leben. Die russische Mann sind tot. At least... At least, er stirbt frei. Schau! Schau! Komm! Wir haben einen langen Weg zu gehen. Ja! Holy shit! Was für ein Finale von der Folge. Na ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Mission. Hau da rein! Ciao! 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 Vielen Dank.